Aus unserer Retro-Edition präsentieren wir Ihnen heute einen Restbestand. Der Nazi 1.0, Baujahr 1933, besticht durch seine durchtrainierte Muskulatur im rechten Arm und seine Kenntnisse in Bücher verbrennen. Er ist Ihr idealer Partner, um Fackelläufe, NS-Hit-Paraden oder Welteroberungen durchzuführen. Unser gängigstes Modell ist der Nazi 2.0. Besonders in Gruppen ist er rektiert. Er ist schlagkräftig, robust, leicht in Stand zu halten und Ihr Partner, wenn es darum geht, Ihre Gegner oder Asylantenheime zu beseitigen. Unser neuestes Produkt aus der Dr. Apfel-Forschung ist der Nazi 3.0. Überzeugt durch sein modernes Auftreten, seine Rezeptilen-Parolen und seine erudynazische Aktentasche inklusive Schulhof-CD. Es ist möglich, ihn verdeckt arbeiten zu lassen und so ganz neue Kundenschichten zu erreichen. Durch seine Schulhof-CD ist der Nazi 3.0 Ihr idealer Partner für eine moderne und dynamische Jugendarbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017